Euter, Kochmeides, Vessel, Euter. Also Euter, einfach, es ist ein Element da, überall dran hängen, Euter, Klaus, Euter. Ach, Euter. Außerdem Farm, Euter, außerdem haben die auch ein ganz eigenes Dance. Wie schaut der aus? Der Dance schaut folgendermaßen, wobei, das muss ich überhaupt nicht erklären. Wir haben nämlich einen Kracher im Studio, Sie haben jetzt die Beschreibung gehört, und diese Beschreibung passt eigentlich nur auf einen einzigen Mann. Alle schauen sich jetzt an. Auf einen einzigen Mann passt diese Kracherbeschreibung, nämlich...